Herzlich Willkommen auf der GVC Family Seite. Wir auf den Kids-Bereich freuen uns riesig auf die Zeit, die vor uns liegt, weil wir glauben, dass Gott Grosses vorhat. Zwar können wir uns nicht in der Müsli-Church oder in der Kids-Land vor Ort treffen, aber die Kirche finden zu Hause in der Familie genauso statt und vielleicht in dieser Zeit umso mehr. Darum sind wir gespannt auf das, was Gott alles tun will in dieser Zeit. Ihr als Familie habt jetzt die besondere Möglichkeit, in die biblische Geschichte eintauchen, sie zu entdecken und vielleicht mal durch die Augen einer anderen Familienmitglied sehen, was da so vorkommt. Darum haben wir das Ganze unter den Titel Entdecker-Kirche gestellt. Hier auf der Homepage findet ihr alles, was ihr braucht, um das zu Hause zu machen. Wir haben Booklets, wir haben eine Soap, die jeden Sonntagmorgen live rauskommt. Da könnt ihr unbedingt vorbeischauen, um die neueste Episode zusammen zu schauen. Wir haben aber auch eine Bibel-Entdecker-Box, die ihr hier bestellen könnt. Und all diese Sachen findet ihr auf dieser Page. Ihr könnt einfach an den entsprechenden Ort schauen. Ich finde dort auch die Anleitung, wie das genau funktioniert, sodass ihr alles habt, was ihr braucht. Gleichzeitig werden wir hier auch immer wieder mal Aktuelles veröffentlichen, damit ihr ein wenig mitbekommt, was vielleicht gleich noch so abgeht bei den Leitern und in der Kids Church, Mäuslich Church oder Kids Land. Es lohnt sich also, immer wieder mal vorbeischauen. Und jetzt wünschen wir euch viel Spass. Und duら mal, wir haben das jetzt. Das Ganze vollkommen mit ihr Leute. Vielen Dank.